Musik Oh, das sieht super aus. Das ist es. Das bestelle ich gleich. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Hallo, Bello. Hallo, Schatz. Was hast du denn da? Das? Das ist mein Karnevalskostüm. Aber ich verrate noch nicht, was es ist. Das wird eine riesen Überraschung. Ich habe mir auch eben mein Kostüm bestellt. Ich wette, meins kannst du nicht übertrumpfen. Wetten doch. Och, das mit dem Wetten lassen wir mal lieber. Ich liebe Karneval. Das ist immer das Schönste im ganzen Jahr. Anna, weißt du, als was du zu Faschen gehst? Nö, du? Ich hätte schon Ideen. Wollen wir unsere Kostüme selber basteln? Ja, warum nicht? Wir können es doch versuchen, oder? Mama, wo ist denn der Kleber? In der Bastelschublade in der Küche. Wieso? Wir basteln uns Kostüme für Karneval. Schön. Da bin ich mal gespannt. So, die Ohren sind fertig. Jetzt noch den Schwanz. Das sieht schon sehr gut aus. Eine Woche später. Familie, es ist Zeit, sich in die Kostüme zu schmeißen. In einer Stunde wollen wir los. Juhu, endlich! Alles klar, ihr werdet gleich staunen. Ihr werdet auch staunen, Papa. Wir treffen uns also in einer halben Stunde wieder hier. Und was ist mit mir? Na toll. So, jetzt noch den Schwanz. Mein Kostüm ist einfach der Hammer. Die soll bloß nicht denken, dass ihr Kostüm der Hammer ist. Meins ist der Hammer. Mega Hammer! Kinder, seid ihr fertig? Ja, willkommen! Na, Bello, bin ich der Erste? Wie findest du mein Kostüm? Für dich habe ich auch was. Na, eigentlich denkt mal auch jemand an mich. Aber wieso muss ich sein Jägerhut sein? Na ja, besser als nix. Hallo, Papa! Oh wow, ihr seht ja klasse aus. Und das habt ihr komplett allein gemacht? Natürlich, was denkst du denn? Nicht schlecht, nicht schlecht. Und wie findet ihr mein Kostüm? Dein Kostüm ist auch nicht schlecht. Ein Superman. Wer ist denn Superman? Er ist ein Held und rettet Menschen in Not. Da kannst du uns ja jetzt retten, wenn wir in Not sind. Immer, Greta, immer. Juhu! Wow, wow, ein Einhorn. Na, damit überraschst du mich jetzt. Mit einem Einhorn hätte ich nicht gerechnet. Aber Kinder, ihr seht vielleicht klasse aus. Und alles selbst gemacht. Super. Dann können wir ja jetzt los. Die Familie Biermann kommt auch zum Karnevalsumzug. Natürlich, das Spektakel lassen wir uns doch nicht hingehen. Hallo, Felix. Du siehst ja süß aus. Ein niedliches Teufelchen. Ihr habt aber auch ganz tolle Kostüme an. Du, Greta, bist wohl ein Fuchs, oder? Genau. Und du, Anna, ein Vogel? Ja, ein Flamingo. Oh, natürlich. Wie konnte ich das denn nicht merken? Ich glaube, es geht los. Ja, stimmt, es geht los. Oh, cool, die Everdreamers. Everdreamers, Everdreamers. Tune together, Kusama mit Dini-Gel. Fans forever, Skarn and Hope. Guckt euch die Schilder an. Die verändern plötzlich die Farbe. Wie cool ist das denn? Wie machen sie das bloß? Schick, schick der Käfer. Wie aus den 60ern. Wow, die Autos sind ja mega. Mit zwei einem Bus mal eine Reise zu machen, das wäre mein Traum. Jetzt kommt Scooby-Doo. Ich glaube, wir müssen da lang. Das ist ja unglaublich. Da ist ja noch ein Hund. Bin ich nicht der Einzige hier? Hey, Kumpel. Hey, na, wie geht's? Wie steht's? Gut, gut. Ich muss hier die Parade mitlaufen. Und du? Och, ich wollte mir das anschauen. Scooby-Doo, komm her. Wir müssen weiter. Ah, ein Geist, Hilfe! Juhu, 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 juhu. Das war lustig. Ha, 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 haben die sich erschreckt. Wow, das ist ja das Auto von Zurück in die Zukunft. Und da hinten ist Einstein, der Hund. Marty, es geht zurück in die Zukunft. Pferde sehen aber elegant aus. Was kommt denn jetzt? Oh mein Gott, das sind Ladybug und Cat Noir. Lady Bear kenne ich nicht. Oh, Papa kennt's die Wäckle. Jetzt hat sich Ladybug zu uns umgerät. Hallo? Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Das sind die Everdreamers im Konzert. Das ist Stalins Traum. Wie toll. Oh, Aladdin. Wow, so eine Lampe hätte ich auch gerne. Was ich mir da alles wünschen würde. Ja, mein Herr, du hast mich gerufen. Ja, äh, ich wollte, ja, äh, ich wollte den Leuten nur mal zeigen, dass es dich wirklich gibt. Und dafür weckst du mich. Ich will wieder zurück in die Flasche. Oh, jetzt kommt was mega cooles. Ich hör's schon. Da, da, Auto. Wow, ist der Monster Truck cool. Ich wusste gleich, dass was Großes kommt. Passen Sie doch etwas auf. Sie treten mir die ganze Zeit auf mein Haar. Was haben Sie denn auch so einen langen Zopf? Hallo, ich bin Rapunzel. Die hat nun mal einen langen Zopf. Den kann ich ja wohl schlecht kurz schneiden. Wow, der kann das aber. Was kommt denn jetzt? Irgendein Truck. Mario und Luigi. Ich werd nicht mehr. Der wird doch da jetzt nicht rüberspringen. Das war ein krönender Abschluss. Ist es schon vorbei? Ja, die Stunts waren die letzten. Habe ich in der Zeitung gelesen. Das war richtig cool, Papa. Fand ich auch. Ja, mir hat's auch mega gefallen. Und jetzt ab nach Hause. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben. und vergesst uns nicht kostenlos zu abonnieren. Eure Familie Jansen.